Willkommen zurück, Bitches! Ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht, ich habe mir heute nochmal das komplette 34-teilige, oder wie viele Teile waren das, von Funk Royale angeguckt, Donkey Kong Country, und da habe ich wieder voll Bock gehabt, ein Let's Play weiterzumachen, und ich weiß nicht, Gags, ich weiß es nicht, also Megaman macht mir jetzt komischerweise mehr Spaß, aber wahrscheinlich auch nur, weil ich jetzt Save and Load State benutze, also ich benutze es jetzt auf jeden Fall. Nicht immer, aber wenn es notwendig ist, werde ich es benutzen. Und vorhin habe ich ja gesagt, dass ich einen Brauch mal aufhören will. Sorry, Leute, es geht nicht. So, wen machen wir als nächstes? Das ist total scheiße, du hast die Kipp in der einen Hand und dann gleichzeitig noch ein Gamepad, das geht gar nicht. Okay, Gairo Man. Oh, ja, die kenne ich noch. Ach, das war doch, das war doch, wo ich da komplett ausgeraucht. Das ganz große Problem ist an dieser Map, ich muss sie jetzt wirklich mit beiden Hände frei haben, deswegen stelle ich euch mal kurz auf Pause und rauche schnell zu Ende, dann bin ich gleich wieder da. Und ja, Leute, ich weiß, dass Rauchen ungesund ist, das weiß ich sowohl. Äh, ja, bis gleich. Ich werde aufhören, äh, werde ich versuchen, irgendwie. Tschüss, bis gleich. Okay, Leute, und ja, während ich hier noch rad, die paar Züge zu Ende rauche, habe ich gedacht, dass alle, die jetzt hier, ähm, auch, äh, fleißig die Videos mitgucken, die bekommen mal einen exklusiven Einblick in einen kurzen Teil von Mike Tysons Punch-Out, ja? Ähm, wer diesen Teil von dem Lied wiedererkennt, bekommt einen Keks. Ähm, ja, hört mal kurz rein. Wer es nicht hören will, hält sich jetzt mal kurz für 13 Sekunden die Ohren zu. Äh, viel Spaß bei dem kurzen Dingsbums blablabla buf 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 buf. Jo, und insgesamt waren das, glaube ich, 18 Tonspuren gewesen, wenn ich mich nicht irre. Und, ja, das sind insgesamt nur 30 Sekunden, müsst ihr euch mal bedenken. Das sind 30 Sekunden Mike Tysons Punch-Out. Ähm, und, ja, das hat, glaube ich, 3 Stunden Arbeit, äh, oder 2-3 Stunden Arbeit hatte das gekostet, diesen 30 Sekunden richtig abzumischen, aufzunehmen, zu bearbeiten, etc. So, und weiter geht's, miau. So, ja, komm, stirb. Boah! Mensch, Mensch, Mensch! Ihr wisst ja, ich liebe dieses Spiel. Und da ist er schon wieder. Ach ja, ich liebe es, ich liebe es. Was wäre ich nur ohne Mega Man? Was wäre ich nur ohne diese elende Missgestalt? Nur eine einzige Missgestalt. Oh, nee, der war jetzt ein Selbstdiss, ey. Boah! Boah, der war jetzt so richtig Selbstdiss. Oh mein Gott. Achso, ich... Ah, blablabla. Blablabla. So. Bam. Blablabla. Safe State, wie immer. Boah, das erinnert mich irgendwie so an Let's Play Kite so Mario. Safe State. Oh, what the... Okay, das können wirklich nur die japsen Insider wissen. Bam. Der macht gar nichts. Dauert. Oh, mein Hühnchen. Yeah, yeah, yeah. Hühnchen-Power, Alter. Ich liebe... Ne, es muss eine Ente sein. Ich liebe Ente. Vor allem... Oh, Ente mit Reis und... Oh, chinesischen Pilzen, Gemüse. Oh, nee, Jungs. Ich hab... Äh, Jungs oder auch Mädchen, keine Ahnung. Äh, ich hab Hunger. Da ist die scheiß Ente schon wieder, ey. Oh, ja. Boah, wie ich sowas liebe. Ja, sowas liebe ich echt. Oh, nee, kann ich nicht genug von bekommen von so einem gottverdammten Scheiß, ey. Mmh. Ja, und die vor allen Dingen... Oh, yeah. Hier, ihr seid doch meine besten Kollegen, ey. Ich liebe euch so. Ach, ey. Mmh. Schatz, Schatz, Schatz. Ich liebe dich. Bö, 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 bö. Ja, ja, ja. Ich liebe diese Spielchen. Lalalala. Ich singe besser nicht, sonst krieg ich grau und starr. Bam. Äh, hier, ich hab gerade voll gerhyped. Wie viele Osterhosen sind im Gras, versteckt? Wie viele... Oh, es war... Egal, egal. Oh, nein. Der Herrmann, Herrmanns wieder. Herrmann, Herrmanns Power. Und er kriegt mich mit. Äh. So. Oh. Ah, ja, die. Die waren cool. Das sind so krasse Kollegen von mir. Was sind... Das sind wie Selbstmordviecher. Ich nenn's mal selbst... Ah, ja, das. Oh, yeah. Ich hab das so geliebt. Oh. Nein. Ich mach nur das A. Ich mach euch... Nein. Ich mach besser gar nix. Nein. Oh, nö. Oh, nö. Herrlich. Herrlich. Nein. Boah, da kannst du... Boah. Boah. Wie soll das gehen? Wie soll das funktionieren? Ach, wisst du was? Ich scheiße jetzt. Ich hole mir das ja nicht. Ich ja und jetzt weiter. So, jetzt. Jetzt. Jetzt kam diese Scheiße. Oh, mein. Kacke, 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 kacke. So. Safe State. Safe State. Na, okay. Nein. Nicht gut, Mirko. Gar nicht gut, was du hier machst. Boah. Oh. Herrlich. Herrlich. Nein. Auch nie gar nicht herrlich. Nein. Gar nicht gut. Nein. Oh Gott. Bei der Vorstellung war wieder... Ohne Save and Load State, ey. Ohne... Boah, die Vorstellung alleine. Boah, die macht echt Spaß aufs Spiel, ey. Die macht richtig Spaß auf mehr. Ja. 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 Yeah. Ein Leben. Oh, das habe ich, glaube ich, gebraucht, ne? Ach, jo, ich habe noch zwei. Wie kommt das denn? Egal. Egal. So. Der Boss. Was haben wir vorhin neu bekommen? Das war... Ich glaube, dieser Gravitationsscheiß bringt gar nichts. Wir probieren nochmal alles nacheinander aus. Und erst mal den Mega Buster. Was? Mehr macht der nicht? Mehr macht der nicht? Obwohl, bringt halt nichts. Er bringt nichts. Okay. Was haben denn noch? Den. Bringt auch nicht wirklich mehr, oder? Doch, bringt etwas mehr. Na? Es läuft. Es läuft. Na, okay. Es hat aber trotzdem noch zu wenig abgezogen, in meinen Augen. Okay, Leute. Versuchen wir noch eine. Wir haben es wirklich noch nicht probiert. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Was soll es bringen? Oder Gravity Mist. Was? Was macht die Attacke denn? Was? Was? Was hat das Ding gemacht? Was zum Teufel? Ich meine, was macht dieser Gravity außer kurz... Ich verstehe das gerade nicht. Oh mein Gott. Na, aber wenigstens macht das viel Schaden an dem. Das ist das Wichtigste. Ey, das gibt es doch nicht, ey. Ach. Gerade das, wo du denkst, das macht eh nix. Das macht dann das meiste. Jetzt ja kein Scheißbau, ey. Oh mein Gott. Komm, der liegt. Also wenn er jetzt... Ja. 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 Das gibt es echt nie, ey. Der größte Scheiß, wo du denkst, der macht nix. Oh yeah. So. Das ist ja richtig geil. Da kommt Freude auf. Er wird grün You go gyro attack You got gyro attack And rush jet Yeah, der jet, der jet, der jet Der in die Tiefe fällt, wenn du gegen irgendwas fliegst Stage select So, nur noch zwei Napalm man und Crystal man Und dieser Schwachkopf in der Mitte Gut, bis gleich Ich lade das wieder hoch Hier schneid's zusammen etc Over and out Lalalalalala Pff Hör